Hallöche Freunde und willkommen wieder zu meinem nächsten Tutorial. Heute ist es hier mal ein schicker kleiner Cobblestone Generator. Und wie ihr ihn auch schon hört... Ja, wird das dann hier alle Zeit schon gemacht. Ja, wir sehen uns dann nach dem neuen Minecraft Tutorials Intro. So Leute, jetzt gehts weiter. Ja, was ihr alles braucht, seht ihr hier schon im Inventar. Außer die Diamantspitzhacke, die braucht ihr übrigens nicht. Ihr braucht nur irgendeine Spitzhacke, na gut. Ihr setzt einen Kolben in diese Richtung hier. Jetzt müsst ihr einfach nur ganz einfach machen. Hier einen setzen. Hier, hier und hier. Und dann hier noch einen so einen in der Mitte. Jetzt setzt ihr hier so einen. Also es muss an den beiden Seiten so eine Umwandlung sein. Dann macht ihr das alles. Hier zwei hoch. So ne, hier könnt ihr dann auch noch machen. Gut, jetzt, äh... Hier links kommt Lava rein. Rechts kommt Wasser rein. Wenn ihr dann jetzt das hier unten kaputt macht, fließt es zusammen. Keine Ahnung, das geht jetzt weg. So, super. Jetzt wollen wir natürlich jetzt noch hier den Repeater. So, ne? Dann macht ihr einfach hier Redstone rum, rum, rum. Und baut dann, was jetzt nicht so weiter. Einen Block hier am Ende. Äh, jetzt möglichst nicht ein Glas oder so. Und hier auch hier den Stein nehmen. Und dann macht ihr dann hier als Nebel. So, wenn ihr den dann drückt. Dann könnt ihr hier noch so eine gesamte Fassade ziehen, ne? Aber ihr müsst halt aufpassen, ne? Also, hier wenn mal was kaputt geht oder so nicht zu machen, ne? Und innen drinnen, keine Ahnung, baut ihr halt eine Redstone-Lampe rein oder so. Das ist halt egal. Na ja. Na ja. Ähm, ja. Ich zeig euch dann jetzt gleich da hinten, so wie ich das gemacht habe. Ich will nur ganz kurz das hier mitmachen. So Leute. Äh, das ist jetzt gerade weg. So. Äh, ich zeig euch das mal ganz kurz. Ich will kurz mal kurz ein Glas nehmen. Ich hab hier so ein Layout gemacht, ne? Hier noch ein Blutite rein und so. Dann los hier einfach mal an die Wand. Für jetzt ein Natsch. Ne? Äh, da müssen wir hier mal ganz kurz hier so rum gehen. Und dann seht ihr dann hier. Dann halt auch hier ein Knopf. Da kommt es dann halt, ne? Bla bla bla. Das nächste Projekt wird sein hier. Dann kriege ich das nur von Aschrad. Äh, ja. Nächste Projekt wird sein hier. Diese schöne tolle Wasserkette. Die wird, keine Ahnung, morgen oder übermorgen oder so. Ich weiß auch nicht. Äh, ja. Das heißt, wir müssen das machen, ne? Ähm, und ja. Dann sag ich dann schonmal tschüss, ne? Oh, ich denke jetzt. Die Brunnen ist ja schön. Na gut. Dann sag ich dann tschüss, ne? Oder rein, Leute. Scramperdusches, ne? Und, äh, schaut meine letzte Folge von automatischen Ufen. Dort, äh, werden wir sehen, wie ihr ein automatisches Ufen bauen könnt. Und die werden jetzt echt extrem korrigiert, was wir damals eingelegt haben. Na gut, Leute. Ich sag tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss, gut.